Eine Dranginkontinenz bezeichnet die Form der Inkontinenz, bei der die Patienten einen Befehlsharndrang erleiden und wenn sie dann nicht sofort eine Toilette finden, lässt die Blase einfach laufen. Das heißt, egal in welcher Lebenssituation kann dieser Drang ganz plötzlich eintreten und die Betroffenen können das Pech haben, dass sich der gesamte Inhalt der Blase sofort entleert.